das wird jetzt lustig das buch was ich verstehe den gar nicht mehr hier hat er gerade massive turmprobleme ich taue das liegt jetzt einfach in den buchbein da rein, guck mal was passiert geht nicht ich brauch noch gerade was könnte ich denn mit dem linkpanel machen, welche tische haben sie denn hier noch research table, nee, crafting table, nee wie macht man denn jetzt so, das muss doch irgendwie gehen hier hier kann ich das wahrscheinlich rein, linkpanel, kann ich das irgendwo hier ploppen da gehts linkpanel, nutzt mir nix hast du schon das buch nach hause gemacht? nee, ich hab nur die linkpanel, ich weiß nicht wohin, ich muss damit crafting menü wie crafting menü, was? welchen tisch denn? crafting einfach ganz normalen crafting tisch oder dein inventar ja, und was soll ich noch machen? einfach das linkpanel rein oder was? ein linkpanel und ein leder aha, siehste, da hieß ja schon wieder was, was ich noch nicht wusste und das musst du dann einmal rechts klicken ja klar, für das buch hier, genau und wenn ich dann noch andere seiten spezielle rein haben will, was mach ich dann, also für das andere buch bam 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 schon hört man hier nicht mehr blöde halle na, wie mach ich das denn, dass ich dann andere seiten reinpacken kann ich komm mal kurz rüber ja mach mal ach, ich will die ganze Zeit fliegen, das geht nicht mehr ach, ich könnte ich bin grad unten an dir vorbeigelaufen, ich muss mir irgendwas zu essen holen mein ganzes Brot ist ja auch immer weg unser Festplatten sind echt ganz voll ey, das tut's ja nicht unglaublich ich kann nicht mehr fliegen, das ist so ätzend ich bin mir grad dran gewöhnt Gott sei Dank hast du meine epischen Tode in Chapp gesehen? ne ich war mit Julia in Never Us ich hab noch ein Link-Panel, das mach ich damit Bookbinder und dann wohin? dahin, dahin, dahin und kannst jetzt rechts rausnehmen ja, aber ich will noch andere Seiten reinpacken, oder? kann ich das jetzt, oder? muss ich das vorher machen, bevor ich das Buch mache, oder? die Seiten, die müsstest du da auch rein tun können also, Seiten gibt's doch hier irgendwo was haben wir denn schönes, wo könnte es denn äh was ist denn äh Frost Forest Biom? oder Frozen River Biom? alles, was mit Frost zu tun hat, ist natürlich Schnee ja, das ist doch gut ich will ja was Kaltes erschaffen so, die kann ich doch mit in den Buchbänder reinhauen, oder was? schlaf, ich schlaf, schlaf ja One-Way-Ticket, ja so ich komme Gute Nacht Ich glaube, es dürfte bei euch lecken, gerade Hallo? Hallo? Leck ich wieder? Oh, überhaupt nicht Du nicht, boah, ist der ganze Server lecken, was? Oh Weil Robert gott eine neue Welt erstellt Ja, ich hab auch irgendwie ein Deja Vu Solange nur einer reingeht, müsste es gehen Ja, aber beim Erstellen ist doch der Server beim letzten Mal auch schon abgeschmiert Das war nur die eine Welt Boah, hier regnet es in der Welt Mach mal Toggle Down voll, ich hoffe es geht aus Ich hab mal ein paar Sachen aus der Festplatte rausgenommen Bienen Blaze Ja bitte Danke Ach zu Schande, jetzt habe ich zwar das Buch mitgenommen, aber ich kann es nirgendswohinlegen Kann ich trotzdem mit dem Buch auch zurückreisen? Du hast keinen Buch-Stand mitgenommen? Ja Aber man kann auch mit dem Buch Kann man mit dem Buch so zurückreisen? Ja, kann man auch Ach, ich brauch keinen Buch-Stand So, erstmal einen Home-Punkt sitzen hier Und wenn ich es rückfinde Blöd, ne? Ich bin voll ins Öl rein Äh, mir wird schlecht Ich hab mir ein Boot mitgebracht Hier ist einfach nur Wasser Was denn da hinten? Da muss ich hin Was ist das? Oh ne, hier ist irgendwas auf Bugs Ich kann, ich kann Maschinen von uns sehen, also Teile davon Ach ne, wie bei, bei Chapp wahrscheinlich Wahrscheinlich kenne ich jetzt genau bei euch in der Dimension irgendwo rum Vielleicht sollte ich doch nochmal raus gehen und wieder reingehen hier in diese Welt Aber die Folge war episch, fand ich nicht Kannst du? Kannst du? Und Tab Du quasi bei uns rumgelaufen bist, obwohl du gar nicht da warst Hm, ich weiß nicht Ja, ich bin nochmal gespannt, ob mir jetzt die Zombie-Pigments übel nehmen Wenn ich da gleich ein bisschen kratze Jetzt ist mein Buch kaputt gegangen, ne? Das geht kaputt wenn man es benutzt Da haben wir es nicht auf dem Boden Ne, manchmal legt es sich einfach nur auf dem Boden und ist dann in der anderen Welt Okay Dann sollte ich vielleicht nochmal gleich in die andere Welt reisen und das nochmal nachgucken eben schnell Solltest du aber trotzdem vorsichtsverbeinens mitnehmen Ja, das war mein Plan Ich geh jetzt einfach ein bisschen der Kunde Ich lauf einfach mal ein Stück Na, 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 na Ich hätte, ich soll nicht mit Sachen rumspielen, die ich nicht kann. Ich glaube, das ist genau das, 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 das ist es. Dann dürftest du gar nicht spielen. Ich wollte heute eigentlich was machen, aber ich komme ja zu nix hier. Das ist das richtige Buch, das wollte ich haben. So. Ne, gegen zwei, lieber nicht. Es lag hier einfach vom Boden, kann ich das irgendwie abbauen? Das Buch einfach anklicken und dann das Buch selbst anklicken. Also einmal rechtsklick drauf und da hast du ein Buchsymbol, da musst du das dann in die Hand nehmen. Es ist gerade, hat sich gerade aufgelöst. Dann hast du ein Problem, wenn du keinen zum Zurück hast. Doch, ich habe noch eins dabei. Zur Not hätte ich ihn eine holen müssen. Auch noch. Ganz zur Not gibt es ja auch immer noch Teleports, ne? Das ist einfach hier nur Wasserwelt. In der anderen Welt geht das aber nicht. Hier ist einfach nur Wasser in der Welt. Das ist schön. Das kann man jetzt so oder so sehen, ne? Welche Sachen hast du reingetan? Frozen River und Frozen Forest. Sonst hätte ich wenigstens mal wieder waschen. Alleine Frozen River sagt schon alles. Wieso? Ich habe da nicht Frozen Ozean reingetan. Aber es gibt auch Welten, wo wirklich nur Wasser ist und wenn dennoch was mit Frozen Wasser dazukommt. Dann? Hast du noch mehr Wasser? Ja, aber ich habe auch Frozen Forest dabei. Ja, wahrscheinlich keine, keine Stable, keine sichere Welt erstellt, wa? Irgendwie Buggy ist oder so. Ja, warum habe ich denn eine sichere Welt erstellt? Die Seite, die du verwendet hast, da steht dann Unstable mit dabei. So, habe ich nicht drauf geachtet. Natürlich nicht. Warum auch? Ja, warum auch? Was sind denn meine? Ich glaube, hier gibt es nur Wasser. Hm. Hallo? Hallo. Ah. Hallo? 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 Hallo again. Hallo again. Hallo again. Zumindest gibt es hier auch Sand, so ist es nicht. Wasser und Sand. Also Sand, also Unterwasser natürlich nur. Dino Toptik Sun. Ich schwimme noch ein bisschen, dann weiß ich ja gleich, ob hier irgendwas kommt noch. Wenn ich auf X drücke, sieht das so aus, als würde ich hier nichts anderes kommen, außer Wasser. Da war doch was, da ist irgendwas. Da ist was. Da ist was. Serverlegt, serverlegt, serverlegt. Das können auch nur Wolken sein, oder was? Meine Kiste geht nicht mehr zu. Nein. Wie kann sie das tun? Hier gibt es wohl irgendwie Wolken. Ich habe Quicksilber gefunden. Ich bin DJ? Nee. Silber. DJ Quicksilber. Da modzt ein Kind. Da modzt ein Kind. Ja, weiß ich. Höre ich selber. Höre ich selber. Der war gut. Das war ein Rabenvater. So. Ist doch schon jemand längst da. Der serverlegt like a hell. Ich schwimme nur, das kann nicht an mir liegen. Einigen wir uns darauf, dass Reza schuld ist. Hier unten soll das Monster gehen. Wo sollen die denn sein? Ich sehe keinen. Die müssen irgendwie unter dem Sand sein. Ich puddel mich jetzt hier durch den Sand. So. Wo ist meine Gießkanne? Die hat es zerrissen. Nein. Nicht die Gießkanne. Die Gießkanne. Gießkanne auf Dumse. Dumse? Dumse. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. Wir schweben über den Wolken. Hölle, 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 Hölle. Wolken, Wolken, Wolken. Und meine... Äh, ne. Ging auf nochmal mit dem... Voice? Yes. Was? Hattest... Ähm, wie viel... Hattest du ein... Ähm, zwei Cobalt oder zwei... Ardite? Gar nichts von beiden. Ich brauche zwei Platinium, um die Platinium Pflanze zu machen irgendwann. Hier scheint ne Kluft zu sein, ansonsten würden die Mobs nicht so in dieser Reihenfolge sein. Habe ich ne Schüppel? Habe ich. Damit kann ich aber nicht viel anfangen. Wachst, ihr Elementarpflanzen. Hier wachst gar nichts. Hier leckt's nur. Hier wachst... Hier wächst es eigentlich ganz gut. Ich kann auch gerade abbauen. Hui. Wie viele Blöcke bin ich denn jetzt von zuhause entfernt? Zu weit. Ich glaube ja. Far, far away. Oh no no. Ich glaube ich sollte mal wieder zurückkommen. Da rein die Idee. 600 Meter. Falls irgendeiner mal irgendwann Sand braucht, hier hinten gibt's ne Wüste. Das ist uns bekannt. Na Blaze ganz leid unter seinem Haus. Na komm. Yay, die Wasserpflanzen wachsen. Perfekt. So, und dann können wir also auch bald in Lava schwimmen. Und dann werden wir auch bald im Jahr zusammen zusammen.